Erich Schmidt, Vater der Schwester Monika und viele andere Figuren, jetzt als Figuren der Manege mit Lady Rose und der Elefantin Dina. Zita ist die, Zita, Zita, doch meine Süße. Guck mal, wir haben uns lange nicht gesehen. Zucker willst du haben, ich weiß. Aber nicht so viel, sonst wirst du Diabetiker, verstehst du? So, gib mal den Onkel Küsschen, komm her, los hier. Du sabberst ja wieder, du. Hab ich ja einen Knutschensabbern, das hab ich ja noch bei den Mädels, weißt du? Ja. Du, pass mal, was soll ich denn jetzt, willst du noch mal was haben? Na komm her. So, ich soll mal hier auf den Stuhl sitzen, hoffentlich ist der nicht elektrisch, oder was? Wie siehst du das hier? Puh. Puh, Puh, Teile. Ich will noch mal sehen, was jetzt passiert. Ja, ich lass dich reden. Was willst du denn damit? Ne echte, ne, hier, hier, hier. Dieterl. Aber nein nein... Das schmeckt da ja nicht, hör auf. Guck mal. Das war sehr gut für mich. Wo bleibst du jetzt? Ist doch... Ist doch neuer, ist doch neuer, bist doch. Das ist kein Lieblingsohr hier. Hör doch, kriegt er ja nicht mehr wieder raus. Huh? Das geht jetzt, ja? Ach, jetzt. Au, au! Oh! Keiner, nev. Mach den Wache, nicht noch etwas. Aber das geht wohl, Herr. Also, das ist doch wichtig! Das ist doch schön. Nichts, nicht schon. Ja. Die ist aber sauer so, macht das Papier. Die ist aber sauer, ja. Die ist ja aus dem Ausdruck, oder was? Ach, die haben sie endlich ja... Das machst du doch nicht noch mal. Applaus